Ich fand den Kurs von der Berlin School of Photography super, weil ich hier erst meine Kamera richtig kennengelernt habe und jetzt weiß, wie ich damit umgehen kann. Ich habe jetzt viel, viel mehr Spaß auch am Fotografieren, nicht nur bei der Arbeit, sondern auch in meiner Freizeit. Ich kann das hier nur jedem empfehlen.